Avagatasana ist die Stellung des Schlages. Avagata heißt Schlag, ist auch das Entfernen der Hülsen des Getreides durch Stampfen in einem Mörser. Es gibt Avagatasana als statisch gehaltene Stellung und dynamisch. Fabian zeigt gerade die statische Variation, die Beine gestreckt, dann die Fußsohlen zusammen und möglichst weit weg von den Hüften, Knie nach außen, dann die Handflächen zusammen und du beugst dich über die Beine, sodass der Kopf auf oder zwischen den Füßen ist. Diese Stellung ist auch ähnlich wie Nagipavasana, Bhagnapatrasana und Yonyasana. Diese Stellung gibt es auch dynamisch und damit wird nochmal klarer, warum es das Entfernen der Hülsen des Getreides durch Stampfen mit einem Mörser ist. Einatmen hoch und ausatmen nach vorne und einatmen wieder hoch und ausatmen nach vorne. Diese Stellung entwickelt die Hüftflexibilität. Du kannst das sechs bis acht Mal machen und stärkt auch die Muskeln im unteren Rücken. Du brauchst einen gesunden Rücken, um die Übung machen zu können. Mache sie in der dynamischen Variation nur, wenn sie es angenehm anfühlt. Ja, wenn es dir gefallen hat, klicke auch auf Daumen hoch und gefällt mir. Und da dies ein etwas exotischeres Asana ist, schreib doch über deine Erfahrungen, wie dir diese Asana tut.